Ich bin Oberwachmeister des KP-Zuges, Jäger-Batellon 23. Meine Funktion ist Gruppenkommandant. Für die heutigen Szenarien spielen wir im Zugriff durch im Fabrikgelände, falls nötig auch unter Feuer. Ich bin binäres Hochalpinist. Das bedeutet, dass ich meiner Gruppe den Umgang mit dem Equipment beibringe, um sie hochgebirgstauglich zu machen. Meine Aufgaben sind beobachten und jedenfalls bekämpfen von weit entfernten Spezialzielen. Bei der Tarnung ist wichtig, auf den Untergrund zu achten. Felsiges Gelände, Wiese, fischiges Gelände. Daraufhin wird der Anzug angepasst und die Gerätschaften werden angepasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Abilitzen darüber, untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.